Hey ihr Rock'n'Roller da draußen, herzlich willkommen bei www.playgitar.de und unserem dieswöchigen WikiLeak live aus der Rock Academy in Colonia. Heute habe ich ein kleines aber feines Lickchen für euch, wo wir einfach mal die A-Moll Tonleiter nach oben klettern und zwar indem wir immer folgendes tun. Nochmal zum Mitschreiben. Schauen wir uns mal an wie das funktioniert. Wir fangen im fünften Bund an auf der B-Seite, schlagen den fünften und den sechsten an, achten natürlich auf unser Alternate Picking. Runter, hoch, runter. Jede Figur zweimal hintereinander. Also fünf, sechs auf der B-Seite und acht auf der hohen E-Seite. Jetzt klettern wir hoch auf sechs, acht und zehn. Jetzt klettern wir weiter auf acht, zehn und zwölf. Auf zehn, zwölf und dreizehn. Auf zwölf, dreizehn, fünfzehn. Auf dreizehn, fünfzehn, siebzehn. Auf fünfzehn, siebzehn, neunzehn. Und im zwanzigsten Bund unser Zielton C. Das war unser WikiLeak für heute. Denkt immer dran, seid kreativ mit den Dingen, die ich euch gebe. Ihr könnt diese Sachen in sämtlichen harmonischen Strukturen und Figuren spielen. Ihr könnt es auch mal versuchen, diese als Shapes zu spielen. Das heißt... Ihr klettert einfach chromatisch nach oben. Was auch immer. Euch ist alles freigestellt. Hier noch einmal unser WikiLeak. See you next week, you Rock'n'Rollers out there! See you next week!